Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, der Dexter, Motherfuckers. Ähm, ich hab noch zwei Schlüssel gefunden, geholt, wie man's nimmt. Die waren auf einmal so da. Nein, ich hab's mir geholt. Ich hab Bock, nochmal zwei Boxen aufzumachen hier. Hab gedacht, komm, da lass ich euch auch mal wieder mitgucken. Warum nicht? Man kann ja nicht wissen, wann was Geiles kommt. Also, give me the best. Und auf geht's. Zwei Motherfucking-Flashen-Kisten aufmachen hier. Kommt eh nur Scheiße bei mir raus. Gestern, habt ihr das alte schon gesehen? Läpp mich am Arsch, ey. Das war die reinste Katastrophe. Das ist auch wieder so ein Mist, Alter, den kein verfickter Mensch braucht. Wer holt sich so eine verfickte hässliche Waffe ins Spiel? Meine Fresse. Ja, blink, blink, hier, blink, da. Wenn du mir noch einmal diese Kacke gibst, ne? Ich kotze im Dreieck! Oh mein Gott! So, nice. Was hab ich denn gekriegt? Die olle, hässliche, super verfickte Pistole, die kein Mensch braucht in dieser Welt. Und hier, und das schwer hier. Ihn hier wieder. Die hab ich aber schon, wie man sieht. Meine Fresse, ey. Ja. Kann man wohl nichts machen. Das war's. Haut rein. Ich bin raus. Peace.